Moin. Moin. Es gibt noch eine Runde Neon, Alter. Ich glaube, du bist ready. Boah, das schlimmste Gefühl ist immer, wenn du nur Wilders Maus hast, der Akku alle ist und du dann mit Kabel spielen musst. Ja, ja, ich weiß, das ist schrecklich. Aber die Läden, die laden sich sehr schnell, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Du musst eine Runde mit Kabel spielen, danach kannst du wieder eine Woche ohne spielen. Oh, Haven ist eine gute Neon-Map. Dann hast du schön Double Door rein, Stunnen. Ich lege dir einfach die Autobahn und du rast durch. Ja. Oh, habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, ich muss wieder Brim picken. Sicher? Weil sonst haben wir keinen Smog. Ich glaube, wir hatten gerade auch keine Smogs. Oder hatten wir? Doch, ich war Smog. Ja, gut, aber bitte. Keine Ahnung. Ja, gut, passt. Brim ist gut. Brim ist gut. Ich kann Brim spielen, also warum sollte ich es nicht tun? Will ich jetzt nicht jede Runde auf Smog erforschen, weil ich Neon-Quicklock. Nee, mir macht Brim Spaß. Also ich pick den auch freiwillig. Hallo, Leute. Hallo. Ich bin ein bisschen durchgelaufen, gell? Ich war da so schnell aufs Spot, das haben die gar nicht gesehen. Das haben die gar nicht gesehen. Die sind auf jeden Fall beide low. Ich habe den beiden gehitet. Also Sage zumindest. Wieso habe ich 400 Credits? Oh, 1 Main. Last Main. Last Main. Christ. 終ertel три Mal. War die ... Welche Pfing geh pays conclusın? Wir können auch cross unter까요? Wir können eigentlich B, das ist einfach easy, weil sie keine Ki hostel oder so haben. Okay, gönnen wir. Oh shit. Nee, dass sie so drauf 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 schon kahres Eins, eins momentan Spike down, B. Good job, ne. Jure, wie schnell schießt man bitte mit der Diegel? Oh, Flank. Fuck, Alter, wie ist sie denn da hin? Sie ist ganz viel B durchgepult. Guld dich einfach selber. Haha, du hast ja wirklich selber gehuldet. Natürlich. Das ist unexpected. Fuck, Alter, sie ist verrückt. Ja, schon ein bisschen. Red side. Mann, ich wusste es. Junge, der Simby macht es so geil. Ich raff das immer gar nicht, dass ich da schon bin. Dann werde ich irgendwie mal von drei Leuten gehalten. Die Jet ist cracked, Alter. No matter. Ich habe Bock sie zu fighten, aber sie will irgendwie nicht. Die brauchen die Runde, weißt du? Das stimmt allerdings. Die sind hier und so. Sie ist hier und so. On side. Ja. Oh mein Gott, ihr gebt mir einen Hedge. Oh, Colette. Ihr wart perfekt aligned, Alter. Naja. Naja. Ich habe es irgendwie gesehen und gespürt habe ich es dann auch. Du bist dahin geslidet? Ja, ja, wenn ich ult, wenn ich ult, kriege ich einen Slide wieder. Jetzt bin ich halt low, scheiße. Wollte ich jetzt nicht mehr. Oh. Guy's gonna pop. Oh, hat der mich nicht gesehen? Die hatte so Bock auf den Kill. Ich war auch geflasht, die hat mich auch easy töten können. Das macht mich so fertig, Alter. Von der Judge auf die Entfernung getötet zu werden. Guck mal, wie viele Meter sind das? Von hier nach hier, Alter. Das ist so frech. Das sind ulten, ne? Das ist geil. Nice, Alter. Ich finde halt auch vor allem mit dem neuen Brim ist super easy, die Games zu carry in Valor zu broken ist. Keine Ahnung, du bist halt, dieser Simbeacon ist einfach geisteskrank. Hier sind halt Entries mit dem Simbeacon ist so krass. Ja, du bist halt eigener Duolister auch. Du kannst ihn töten. Ich kann ihn töten wie ein Neon. Nice. Wait, who stunt me CT? Was ist das du, Neon? Nein, ich habe beide Stunts. Check es bitte. Check es, check es. Er ist in der fucking left corner, Bro. This is what my stun looks like. Remember it. Hui. Haha, ich bin so geil. Haha. Oder was heißt first, ich bin geil, aber es ist halt... Junge, schieß ich auch schneller mit meiner Ulti? Äh, gute Frage. Oh, one more in smoke, in smoke. Schießt die Neon-Ult schneller, wenn man gesimboostet ist? Also das wäre geisteskrank. Das wäre wirklich lächerlich dann. Weil die tötet ja eh schon schnell, die hier, die Neon-Ulti. Ja, ja, auf jeden. Ach, Schmutz, Alter. The best. Jet-Diff. So, was ist denn die Atastrophenrunde? Both feet, both feet. Ja, ja, ja. Nice try. Fuck! Vielleicht sind wir dran vorbei rennen. Fuck auf die Drohne. Fuck, bin ich verwirrt. Oh, ich hab die Bombe. Nice. Der war noch gestunnt von dir. Echt jetzt? Jaja, der war gestunnt, der kam nicht runter. Das ist geil, das fühlt sich gut an. Ja, all inside. All main, all main. Natürlich, ich hab die Main-Kraftschoss. Er hat minus 20. Minus 30 hat er. Hier ist ein schöner Jump-Shot. Rechts. Oh, du hast euch hoffentlich gesehen. Ich wollte ihn grad Jump-Shotten, no. Ach, jeder in die Ecke mit Shorty. Scheiß drauf. Ja, doch, ich smoke einfach hier. Ich smoke einfach hier. Wenn die dich ziehen, dann zieh ich mit Shorty aus der Ecke raus. Ja, 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 geil. Ja, meinen einen, ne? Zwei. Zwei. Das ist in Ordnung, ne? Ja, das ist eigentlich gut. Die Sonde. Nice Shot. Nice. Ja, das hat sich einfach ausgezahlt, die Taktik. Oh, hab grad goldenes Geschenk ausgepackt. Oh, nochmal. Doppel-goldenes Geschenk. Ist gesund, ist gesund. Einiges Stunt, oder? Oh. Ein HP, ein HP, ein HP, ein HP. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. 1 HP, Jet. Jet, ein HP. Sie wurde gehalten. Oh mein Gott, Leon, Bro. Hallo. Komm, Autobahn. Ich komm, Autobahn, ja. Oh. Oh, was? Ich bin noch unten durchgeslidet, wie so im Superhelden-Film, aber... Da haben wir mich im Kopf diskussiert. Okay, okay, okay. Ja. Das werden wir jetzt nicht erwarten. Wir gehen jetzt nicht da durch, sondern wir bleiben von der Smoke links und rechts stehen. Sicher, wir könnten auch einfach reinrennen und ich daze da rein, auf richtig frech. Ja, okay. Okay, wir rennen da rein. Ich gebe dir Steamy. Ich schieße einfach direkt den daze hier gegen die Wand? Ja, ich gebe dir den Steamy, warte. Hinter dir. Ich habe alle gestunt, alle gestunt, oder waren zumindest. Also ich habe wirklich 5-leutige daze. Oh mein Gott, geil. Geile Ulti. Rige Props gehen dafür auf jeden Fall raus. Oh. 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 Holy shit. Chamber. Oh, Chamber. Oh, Chamber. Oh, Chamber. Oh, Chamber. I love your weapons, Chamber. Give me your weapons, Chamber. Hey, ich bin wieder immer auf dem Account. Wow. Geil. Wie viel Minus hast du vorhin gekriegt? 28 hat mich das gekostet. Ey, und ich war am Top-Frag mit irgendwie 4 Kills oder so, gell, ein bisschen bevor ich gegangen wäre. Welcher Rank? Ein Win, ich bin wieder Immortal. Und 14 Punkte brauche ich zum Aufsteigen, glaube ich. Ich habe 86. Also ich sollte auf jeden Fall ausgehen. Außer es wird ein Loose. Außer es wird ein Loose, klar, ne? Hast du ein Sheriff Skin? Hast du ein Sheriff Skin? Ah, danke. So, dann droppst du mir mal den hier. Oh, nee, das war voll dumm, wie wir es gemacht haben. Jetzt kann ich mir keine Gehtwaffe bekommen. Das war richtig. Oh, Mann, ey. Kauft jetzt den Geek. Oder noch ein paar Smokes oder so. Scheiß drauf. Naja, das war so stupid. Denkst du, hä, irgendwas passt hier doch jetzt gerade nicht. Ich guck so auf deine Eko. Ich so, Junge, was war das denn? Oh mein Gott, hast du das gesehen? Ja. Oh Mann, ey. Dass man langsamer wird, wenn man angeschossen wird. Ich fass es nicht. Wie du dann einfach nur rauscht und dir anguckst. Oh, das spricht nicht. Oh, geil. Aber wie, was, wo, also, ist das ein Spot, dass man sich hier hinstellt? Scheiß drauf, Alter. Ich hab halt, ich wollte halt hier den Stunt setzen. Ich weiß. Und dann rein sliden und die töten. Das sah so geil aus, wie du dir dann einfach nur anguckst mit dem Messer und so machst. Ich hatte nicht mal Messer in der Hand. Ich hatte noch meine Hände in der Hand. Ah ja stimmt, deine Hände in der Hand. Aber die haben keinen Aim, alle. Ich weiß nicht, wie ich noch nur Kills hab. Okay, ich smoke jetzt nicht, weil die keinen Aim haben, okay? Aim ist der Loser. Äh, smoke ist der Loser. Und wie? Wo? Genau da. Aua! 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 Schock, der hat getötet. Ich hasse es hier umzuhalten, wieso muss ich ihm das jetzt machen? Oh nice, warte, ich, ich, der ist hinter, oh mein Gott. Ach man. Kannst du eigentlich ultspielen. Ja, mach ich auch. Willst du durchpushen? Nee. Ich gas uns durch. Oder doch, scheiß auf. Doch, doch, ja, ja, doch. Ich hol doch direkt, ja. Ich mach mal kurz einen Smog, hab ich denn? Ja. Ja, ja. So, let's go. Kannst du mich nochmal? Ja. Kommt. Einen hab ich. Nice. Egal. So. Es ist in Ordnung, ja. Wir haben halt alle nach hinten geschaut. Nice. Ich finde, Neon sollte noch mal gebufft werden. Ja, ja, ich finde, die sollte dreimal slifen können. Noch mal ein bisschen schneller würde ich hier gönnen, tatsächlich. Oh shit. Das B, glaub ich. Nice. Ja, wo ist sie denn? Oh. Remain. Ja, das waren die Echo-Facks, Alter. Warte, 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 warte. Reicht das? Das muss ich mal probieren. Du meinst von hier auf da? Von dem direkt da drauf am Anfang der Runde mit dem Neon-Jump. Ja. Und du hast dann direkt einen Peak in die Mitte von da oben. Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Aber ich hab Angst, dass wenn die jetzt, wenn die jetzt halt hier pusht, dann hab ich verloren, ne? Weißt du auch, wir machen das jetzt. Ja, ich kann's hier wegsmocken. Und jetzt kannst du an deines Ex stehen. Das ist so ein geiles Spotter, Alter. Stuhmgriff. Ah! AT, Sage. One shot, one shot. Oh, mein ist 40. Nice. Das sehen wir trotzdem, ne? Ja. In the smoke. Oh, ich werd gelten. Oh, Mann, ey. Unlucky. Okay. Okay. Oh, Gott. Oh, oh, yeah. That one's a good one. Ja, Mitte rein. Junge, der Zora von denen ist so ein Dully. Hold me, hold me. Oh, Mann, ey. Als ob sie da hochschwingt im Instant. Geeeelt. Oh, mein Gott. Die Jet ist die beste. Kannst du mich hören, Sage? Let's go. Oh, drei Leute, drei Leute, drei Leute. Oh, mein Gott. Oh, wo stand die denn? Ah, die hat die Fundlinge getötet. Ja, nest. Schönes Ding. Geht zurück, geht zurück, vielleicht. Nicht übertreiben. Wahrscheinlich recht. Wir wollen jetzt jede Runde. Oh. Oh, mein Gott. Dein Team hat aber auch kein Aim. Prim. Ich hab zu dir dein Team gesagt und ich hab dich Prim genannt. Guck mal, so weit ist es mit mir gekommen. 100 hab ich der Rainer sogar gegeben. Die pushen eigentlich überall raus. Und so war ich die, dass sie gepusht hat. Und die Rainer hat mich gepusht. Das ist jeder hier. Jeder hier pusht einfach. Oh, mein Gott. Warte, warte, warte. Warte von mir. Mann. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Können wir resten? Ich will gar nicht gerestet werden nach dem Kopfschuss, Alter. Oh, mein Gott. 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 Du hast Bombe, ne? Oh. Du hast Bombe. Jaja. Oh. Junge, dass ich Bombe hatte, war so ein wichtiger Call, ich wär da so gestorben. Jaja, hab's gesehen, wie du reingerannt bist. Jaja, ich war so am Pushen mit der Ulti. Jetzt nicht Thrown, ja. Warte, oh, hab ich dich getroffen? Dann treff dich nochmal. Ist ein AP. Okay. No. Aha, nice, GG. Du, dein Mordletztor. Oh, ein Team MVP, was sagst du dazu? Fucking Dings ist es, sagst du. Neon ist es, Alter, Neon ist es wirklich. Happy, let's go! So nämlich. Wir haben beide in 1 gegen 1 gewinnen als beide. Weil wir als Team gut sind und individuell sind wir Champions. Plus wir, die їer mitnehmen. Wie? Ja. Wie? Wie?